Am Tag nach dem Aufwachen mit der Medaille um den Hals. Das Wichtigste ist ein Traum-Szenario, der Conny hat vorhin gesagt, eine Medaille. Das ist schwer für mich, wenn wir die Hauptrunde erreichen. Am allergeiligsten wäre ein Top-5-Platz. Um was ich träume? Nein, das ist mir egal. Ich bin ja sehr entspannt. So kann man nicht arbeiten, Sabine. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin erst. Kriegt er. Genau so. Okay. Dann Además.